Hey Leute, ich bin's Kim. Ich hatte ja letztens ein Primer Call Video gemacht und da ihr euch ja immer wünscht, dass ich meine Klamotten auch mal anziehe und euch mal zeige, wie es angezogen aussieht, habe ich ein Video für euch vorbereitet und zwar ein Outfit Video. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Tschüss.